Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, im heutigen Video möchte ich euch meinen Teneriffa Haul zeigen. Yay! Ihr habt jetzt letzten Tage immer einige Vlogs von mir gesehen, die ich auf Teneriffa gemacht habe für euch. Und jetzt dachte ich mir, wird es Zeit euch zu zeigen, was ich mir dort gekauft habe. So ein, zwei Dinge habe ich mir hier gekauft, noch in Deutschland, aber die restlichen Dinge habe ich mir auf Teneriffa gekauft. Ja, und los geht's! Ja, dann kommen wir gleich zum Bereich Fashion und dort habe ich mir von Pull&Bear, habe ich mir diesen Pullover gekauft, also eher Sweatshirt, weil es hat kurze Ärmel, ist beige. Und hier unten, ja, hat es Spitze oder ja, weiß nicht, ob man das Spitze genau nennt. Aber auf jeden Fall ist es total niedlich. Und das Besondere noch an diesem Pullover-Sweatshirt, keine Ahnung was es ist, ist es, dass hinten, ja, so gekreuzt ist und das macht halt einen richtig schönen Rücken, finde ich. Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall einen Top untertragen oder so ein Bordeaux, ähm, BH oder wie man das nennt, weil es ist schon sehr durchsichtig. Ähm, ja, dieser Pullover ist auch noch aktuell, hat Pull&Bear, habe ich auch erst letzte Woche hier in Deutschland gesehen. Und, ja, gibt's auch noch in Pink und in Türkis. Da die ersten Tage auf Saneriffa sehr kühl waren, so, ähm, habe ich mir bei Mango, habe ich mir diesen Pullover gekauft. Ähm, ich finde aber irgendwie eher, das sieht so aus wie so ein Schlafpullover. Auf jeden Fall steht da B.U. drauf mit so einem Herzchen und der ist richtig schön kuschelig und hält auf jeden Fall warm. Ja, wie gesagt, es war einige Tage sehr kühl auf Saneriffa und ich hatte keine lange Hose dabei, weil ich eigentlich dachte, es wäre da warm. Ähm, ja, musste ich mir eine lange Hose kaufen und, ähm, wie ihr es schon bei den Vlogs gesehen habt oder so, habe ich mir eine lange Hose, eine dunkle Jeans bei Zara mir gekauft. Und die hat 26 Euro gekostet, wo ich echt schon erstaunt war, weil ich eigentlich Zara sehr teuer finde, so bei manchen Sachen. Aber die sitzt echt richtig super und ich war echt überrascht und, ähm, ja, wenn ich, glaube ich, demnächst wieder eine Hose irgendwie kaufe, kaufe ich sie, glaube ich, bei Zara, weil die ist echt mega, mega gut. Ach, und die Pullover von gerade eben, also der von Pull&Bear hat, ähm, 18 Euro kostet, war reduziert. Und der von Mango hat auch 18 Euro kostet, also war auch reduziert. Dann habe ich mir noch hier in Deutschland, ähm, war ich halt auch bei Pull&Bear und da habe ich mir noch mal eine Hose gekauft. Irgendwie bräuchte ich Hosen. Und dort habe ich mir diese Jeans gekauft, die ist ein bisschen heller und die sitzt auch so mega gut. Die hat aber jetzt, ja, auch seit, naja, auch seit 20 Euro gekostet, also 25 Euro und 95 oder so. Auf jeden Fall, ich war auch mega überrascht, ähm, weil Pull&Bear in, auf seiner Riffa ist es so, weiß nicht, also es sind echt Klamotten, die für eher so dünnere Leute geschnitten sind, finde ich. Aber die sitzt auch so mega gut und ich liebe diese Hose. Die ist einfach so mega, mega bequem und, ja, kann ich euch nur wählen. Ich habe schon nach langer Zeit, habe ich nach einem Rucksack gesucht. Entweder, ich wollte einen schwarzen Rucksack haben oder einen hellen Rucksack. Und dann war ich auf Tana Riffa in so einem Laden, der hieß, ähm, Blanco, glaube ich. Und, Leute, ich habe diesen Rucksack gesehen und ich habe mich unsterblich in den Rucksack verliebt. Einfach mega, mega schön. Und zwar ist das dieser hier. Ja, der ist halt beige und mit, ähm, Rose-Golden, ähm, Details hier. Das sind halt so Knöpfe, so. Und auch die Reißverschlüsse sind halt in so Rose-Gold gehalten. Und der ist so mega schön. Ich habe mich so verliebt. Und von drinnen, mega, mega schön, sind halt so, ja, rote Blümchen. Das ist halt alles so Rose-Gold gehalten irgendwie auch. Und da sind halt auch so in Taschen drin, was ich total praktisch finde. Und, ja, der hat 29,95 Euro gekostet. Wenn ich die ganzen Sachen irgendwie noch finde im Internet, dann verlinke ich euch, euch, die auf jeden Fall unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ich die Sachen finde. Vielleicht finde ich ja sogar diesen Rucksack. Das wäre ja mega, mega cool. Jo, I love it. Dann war ich hier, ähm, in Deutschland bei Primark. Weil ich war mit einer Freundin im Kino und dann sind wir noch kurz bei Primark reingesprungen. Und dann habe ich hier dieses süße Haarbändchen, ähm, ja, gefunden. Sag ich mal, dieses hier. Das ist halt Gold mit Silber und Stein. Und eigentlich sollte man das ja so tragen, irgendwie. So? So? Genau. So, ähm, ja, aber man kann das auch, wenn man einen Zopf hat, kann man das halt anders machen. Ähm, also ein bisschen höher tragen, weil es auch dieses Gummiband hier hat. Und, ja, auf dem Preisschild stand eigentlich 3,50 Euro. Aber ich habe bei Primark immer so viel Glück und die Kassiererin wollte nur 1 Euro von mir haben. Das fand ich dann sehr, sehr cool. Und, ja, ich finde das total schön. Und irgendwie jetzt gerade für den Frühling oder für den Sommer. Man muss zwar die passende Frisur dafür finden, aber ich finde das echt mega, mega schön. Da wir jetzt gerade schon bei Schmuck waren, ähm, habe ich mir hier auch in Deutschland noch was gekauft. Und zwar eine Daniel Welling nur. Ihr habt die bestimmt jetzt schon hier an meinem Handgelenk gesehen. Und zwar ist das diese hier. Ähm, ja, die hat ein schwarzes Lederarmband. Und die Umrandung ist halt Rose Gold und das Differblatt ist auch Rose Gold. Ähm. Ja, das Coole war einfach, ähm, die YouTuberin Kleinstadt Koko, die hatte einen Rabattcode gehabt für Dani Wellington. Und, ähm, ja, dann habe ich das gleich ausgenutzt und habe mir diese Uhr gekauft. Kostet ihr eigentlich, also 152 Euro. Und durch diesen Rabattcode habe ich, ähm, 135 Euro gezahlt. Es war auch noch eine sehr, sehr stolze Summe. Ähm, ich dachte mir einfach, ich muss mir jetzt noch was gönnen, da ich, ähm, wahrscheinlich bald ausziehe, was vielleicht auch wahrscheinlich feststeht und ich noch viel spare muss. Dachte ich mir, gönne ich mir jetzt noch was, bevor ich so viel spare muss. Ja, und deswegen habe ich mir diese Dani Wellington Uhr, ähm, gegönnt. Ich wollte schon richtig lange eine Uhr von Dani Wellington haben. Aber ich war immer zu geistig dafür. Und halt durch diesen Rabattcode dachte ich mir, ach komm schon, Mira, gönnen Sie die jetzt einfach. Und egal. Ja, und deswegen habe ich es mir jetzt einfach gekauft. Kommen wir jetzt nochmal zu den Beauty-Produkten, die ich mir auf Tana Riffa gekauft habe. Da ist einiges zusammengekommen. Erst habe ich überhaupt nichts auf Tana Riffa gefunden und dann, ja, wurde es doch ein bisschen mehr. Und zwar, ähm, habe ich mir von, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Bonjour Paris, diesen Bronzer gekauft. Ähm, der ist ja hier mit Schokolade und auch die, huch, die Form, so jetzt komm schon, Die Form ist ja auch so schokoladenmäßig gemacht. Und der riecht sogar auch nach Schokolade. Ähm, ja, also die Deckkraft ist sehr, sehr gering, muss ich sagen. Also man muss schon echt viel drauf donnern. Ich habe jetzt auch hier ein bisschen drauf gemacht. Ähm, ja, man muss schon ein bisschen mehr drauf tragen. Aber der wurde schon so gehypt von ein paar YouTubern hier. Und, ähm, deswegen dachte ich mir, muss ich mir den auch mal kaufen. Und der ist aber trotzdem sehr, sehr schön. Und ich finde, also, ähm, wie heißt das jetzt? Also die Haltbarkeit ist mega, mega gut. Ich finde, die Haltbarkeit ist sogar besser als der Hula Bronx von Benefit. Ähm, ja, also ich liebe den. Der hat zwar sehr viele Glitzerpartikel, aber egal. Ich finde den mega schön. Ähm, ich habe den für 6,95 Euro gekauft. Ja. Dann komme ich zum nächsten Produkt. Und zwar habe ich mir einen Lidschatten von By The Face Makeup gekauft. Und zwar ist es mega pink. Ich denke mir doch jetzt mega pinken Lidschatten. Was will sie damit? Ja, aber der ist echt mega pink. Aber ich benutze den nicht als Lidschatten, sondern als, ähm, Rouge. Genau, so. Ähm, weil ich einfach schon lange Zeit einen Rouge gesucht habe, der nicht glitzert, schimmert oder weiß ich was. Also der einfach nur matt ist. Und, ähm, ja, dann habe ich den dann in die Hände bekommen, weil er auch reduziert war. Der war auf 95 Cent reduziert. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich den jetzt einfach mal mit. Und der ist echt mega schön. Den habe ich jetzt auch drauf. Und, ähm, ja, richtig, richtig cool. Jetzt benutze ich einen Lidschatten als Rouge. Ja, dann kommen wir zum, ähm, nächsten Produkt. Und zwar habe ich von Revolution London eine Palette. Und zwar ist es diese hier. Ähm, ich habe hier eine Palette. Ich war total erschrocken, dass, äh, bei diesem Laden, der Laden heißt Fundgrube auf Tana Riffa, dass es diese Marke dort gibt. Ähm, ja, und ich wollte schon lange diese Palette bestellen im Internet. Aber, ja, ich wollte halt immer nur dieses haben und nicht was anderes. Und deswegen dachte ich mir, äh, ja, toll, Versammkosten kommen noch dazu. Und blablabla. Und, ja, dann habe ich diese Palette dort gefunden und war mega glücklich, weil ich liebe einfach diese Farben. Also, es ist jetzt die, ähm, Golden Sugar Ultra Blush Palette. Und die Farben sind einfach so mega schön, Leute. So mega schön. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Schaut euch das mal an. Sind die nicht mega schön? Also, ich weiß nicht, ich glaube, so. Sind die nicht mega schön? Ah, ich liebe sie. Das sind halt so, ja, ähm, halt, wie soll ich das sagen? Also Bronzer natürlich. Und man kann die auch als Rouge benutzen und auch als Highlighter. Und die Deckkraft ist einfach mega, mega gut. Also, ich liebe sie. Und, ähm, ich will sie auch gar nicht missen. Sie hat jetzt, glaube ich, auch nur 7 Euro irgendwas gekostet, glaube ich. 7 oder 9 Euro. Auf jeden Fall unter 10 Euro. Total günstig. Und einfach, ich liebe die Palette. Ja, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Wo ich die Blush Palette jetzt auch herhabe, von dem Laden Fundgrube, ähm, habe ich mir auch zwei Parfüms mitgenommen. Weil die dort einfach mega, mega günstig sind. Also, im Gegensatz zu hier von Douglas oder so, die sind mega günstig. Und daher habe ich mir einmal Lady Million von Paco Rabanne. Heißt der Paco Rabanne? Paco Rabanne? Keine Ahnung. Mitgenommen. Hier, Paco Rabanne, genau. Das sind, ähm, 85 Milliliter und dafür habe ich nur 56 Euro bezahlt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 56 Euro. Und ich habe hier, ähm, dann bei Douglas geguckt und da müsste ich irgendwie um die 95 Euro zahlen. Also der Unterschied ist echt schon krass. Und, ähm, dann habe ich mir noch von Lacom dieses La Vie est Belle mitgebracht. Oder mitgenommen. Das sind 75 Milliliter und das hat nur 52 Euro gekostet. 52 Euro, 75 Milliliter. Das ist so heftig. Und ich habe dann geguckt und ich habe um die 75, 76 Euro gespart. Tada! Richtig gut, oder? Also, diesen, ähm, Laden gibt es auch als Internetseite. Ich kann sie euch gerne mal verlinken. Aber ich glaube nicht, ob sich das lohnt. Weil es dann ja auch noch die Versandkosten dazu kommen. Und das ist dann ja auch schon ein bisschen mehr. Dann. Also, ich glaube, lohnt sich das nicht wirklich. Aber trotzdem verlinkt euch gerne mal die Internetseite. Und, ähm, ja, ich nehme mir jedes Mal meine Teneriffa-Beit. Nehme ich mir irgendwelche Parfüms mit. Weil das lohnt sich ja richtig. Meine Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Teneriffa-Haul. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich riesig freuen auf einen Daumen hoch. Oder ein liebes Feedback. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und, ja, dann sehen wir uns einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!